Herzlich Willkommen zurück zu Folge 2 von Let's Play Pro Club ist es nicht, sondern Koop mit dem lieben Unleashed, nicht mehr Unleashed 1 und in der Videobeschreibung dem Marcel. Ja moin, wir hoffen die FIFA Server haben dezent Bock, denn Weekend League in Ultimate Team, ihr wisst Bescheid und denkt mal sagen, ja, war eh so hart keiner kommentiert, haben wir jetzt gesagt, wir nehmen jetzt mal Arsenal. Folge 2 war eigentlich bereits schon aufgenommen, aber da war dezent ein Fehler drin, deswegen kann ich die nicht hochladen. Danke dafür auf jeden Fall und jetzt suchen wir den Gegner. Warte, warte. Abbrechen, alles klar, warte, warte. Aufstellung. Aufstellung. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 3, 4, 3, 3, 4, 3, 3, 4, 3, 2, 1. Irgendwas ändern? Sanchez, Welbeck? Ja, wenn die Leute auf die richtige Position machen. Aber sowohl Sanchez als auch Welbeck ist Stürmer. Sollen wir Sanchez da vorne reinklatschen für Welbeck? Ja, der, der besser ist, ne? Ja, dann Sanchez. Ja. Lösen wir, lassen wir ZOM, Shaka lassen wir auch ZOM, rechtes Mittelfeld ist richtig. Ja, 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 läuft schon. Wallcard links, ne? Ach, lassen wir so, easy going. Im Übrigen ist die Aussicht, Abstieg ist die Aussicht. Geil. Gegner gefunden. So, auf geht's jetzt mit Arsenal, komm. Ab geht's. Aber jetzt kann's ja nur besser laufen als im Pro Club, weil Chris ist nicht da. Oh, Pfosten. Ne, läuft nicht. Ich hab auch grad Pfosten getroffen. Zufall oder Schicksal? Man weiß es nicht. Ihr entscheidet in den Kommentaren, die sowieso so hart deaktiviert sind. Warum auch immer. So, zu Hause gegen United. Egal, ihr Premo-Wilch reißt eh oder nichts. Ich bin blau. Ich bin blau. Ja, ich auch. Ja, okay, der war nicht witzig. Komm mal hier. Guck dir das an. Wenn das nicht so jetzt so, das wäre lustig gewesen. Hätten die sich den jetzt so pingpongmäßig selber ins Tor gemacht. Oh, geile Grätschel von Marcel. Leck nicht. Oh, hoffentlich läuft er nicht weiter. Oh, der hat halt keinen Bock drauf, ne? Okay, läuft absolut nicht weiter. Material. Schön. Alter, United steht ja absolut dicht. Wie sollen wir denn da durchkommen? Echt, ich weiß auch grad nicht. Die stehen ja hinten absolut voll. Das ist ja absolut krank. Richtig schön. So, Mkhitaryan. Nicht zwei auf einen. Ecke. Ne, Freistoß sogar. Wahnsinn. Die stehen... Oh, sogar Freistoß für uns. Hab ich rausgeholt. Nicht nichts. Guck dir das an. So, Montreal haut den mal nach vorne. Ja. 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 Das war ein geiler Freistoß. Das war ein geiler Freistoß. Baba Abschlag. Und ja, jetzt Sanchez regelt. Sanchez regelt. Lass doch Vorteil laufen. Lass doch Vorteil laufen. Rot. Egal. Mindestens rot. Hättest doch trotzdem Vorteil laufen lassen können. Und danach hätt's die Rote geben können. Oh. Ibrahimovic. Oh. Baba. Baba. Abseits. Abseits. Lächerlich. Ey, was ist... Das ist ja lächerlich. 13 Minuten. 1 zu 0 eigentlich Arsenal. Schade. War ich dich angesch... Bra. Geil, ey. Weil ich dich angeschossen hab. Oh, er hat absolut Eier flattern. Komm, hier, Alter. Zack, zack. Mag er jetzt auch mal Gas geben? Nee, hat er keinen Bock mehr drauf. Ich werde jetzt die Tasse nicht mehr. Oh, jetzt hat er sie gefunden. Das hat jetzt dezent gedauert. Jawohl. Hallo. Oh Gott. Ja. Verarscht. Oh, ich darf nicht so laut reden. Komm, hier rein, das Ding. 1-0 für uns. Mann, kennt ihn. Oh. Ja. So hart, kein Abseits. Da hält er ihn auch einfach. Du könntest auch R1 drücken, dann schiebt er den so richtig easy an dem Drea vorbei. Ja. Also könntest du, wäre ein Vorschlag. Ja, aber ist immer belassen, wenn man so dabei noch so Springtaste drückt. Da muss man aber so schnell wechseln. Das fehlt für mich. Oh Gott, ich weiß nicht, wohin. Oh Gott, ich weiß nicht, wohin. Oh, okay. Ja, das habe ich dezent gemerkt. Freistoß wollten wir trotzdem haben. Ja, alles und klar. Ich wusste gerade absolut nicht wohin. Ach. Ach, schade. Nice. Oh. Schade. Ich habe mich noch nie so verdrückt. Ich wusste absolut nicht, was ich drücken soll. Der schon. Foul. Ja. Ich glaube, es hackt bei dem. Alter, der will uns wieder verletzen. Was ist er für einer, ey? Valencia. Was genau? So, den bringe ich jetzt perfekt. Pass auf. Ich drück schon mal. Grießmann-Tor jetzt. Genau. Das war der perfekte Zufall. Oh, da hat er mich ausgedribbelt. Oh, da habe ich nicht gerechnet. Das wette drüber. Bleib bei ihm. Schade. Warum, warum, dass jetzt Freischuss ist? Ich habe mich mit der Brust bewirbt. Das ist zu viel fehlen. Das war... Das ist abgeprallt an der Augen. Zora. Mustafi gelb. Ja. Aber dafür eben gerade kriegt er kein Gelb, weißt du? Ja. Keine Ahnung. War eh so klar, dass er den nicht macht. Ich hätte ihn reingemacht. Mit Rooney schon. Ja. Komm, man denkt, er kann dich verarschen müssen. Dann hackt ich bei dem. Rot. Muss rot geben. Okay, gibt nur Gelb. Miki Tarin hätte eigentlich jetzt Gelb-Rot, weil vorhin hätte er auch schon Gelb sehen müssen. Komm, ich schau mal in die Flanke rein. Okay. Ja, ein bisschen zu spät gedrückt. Ich habe ihn schon gedrückt. Na gut, dann hat er ein bisschen zu spät reagiert, der Typ. Ach Gott, ich weiß nicht, was da gerade los ist, ey. Hat er geil abgespeichert worden. Komm, Paschelny. Schade. Ihr wisst es, ich spiele ja Arsenal in der Arsenal-Karriere. Also. Oh. Ich hatte den Ball. Wir haben gerade irgendwie den Ball und kriegen die dann nicht dahin. So, Wellbeck. Hallo? Oh, das ist dann kein Foul, weißt du? Das ist kein Foul. Ja, konnte halt den Körper jetzt nicht so rein spielen. Zack. Du Assi. So, komm her, komm her, komm her, komm her. Verarscht. Tor, Tor, bitte. Elfmeter. 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 Willst du machen? Ruth, nächster weg. Ich bin mir jetzt unsicher bei den Elfmetern. Ja, musst du entscheiden. Hier ist das Latte. Blödst du? Mach du. Oh. Den hat er aber gehalten, du. Ich hoffe, die haben die auch downgepashed, Elfmeter. Ich komme nicht vor. Baba. Wie konnte der die Ecke wissen? Hä? Ich habe doch angetäuscht. Tschüss. Es ist egal, wir werden mir eh so hart ein Tor machen. Bringt er seinen eigenen Spieler um. Mach. Okay. Mach halt doch nicht die Flanke. Ja, das ist bei mir auch. Oh, oh, oh. Oh. Boah, was ist das? Was soll das nennen? Quoob ist absolut besoffen. Okay. Mach halt nicht zu well weg. Alles klar. Foul. Oh Mann, der war so schön. Nächste gelbe. Gleiches Halbzeit. Komm hier, mach Grießmann. Grießmann. Das könnt ihr im Übrigen nicht verstehen, warum Grießmann. Hä? Er ist besoffen. Den mache ich direkt. Was macht? Okay, du schluss. Mach hier, ja. Oh, nice. Der ist ja nur mal gesprungen, als ich in den Fennel Dwarf war. So, Einwurf United. Ja, Ibrahimovic ist einfach groß. Mehr ist der auch nicht. Der ist nur groß. Er hat auch schon keinen Bock mehr. Will so das Eigentum machen. Macht er eh so nicht. Siehst du? Wir kriegen es auch einfach nicht hin, weißt du? So, jetzt so. Als ob er mit seiner scheiß Kniespitze da auch dran ist. Der Heer ist der absolute King. Irgendwie hat er keinen Bock mehr, aber er ist ein geschenkter Gegner für uns. Also, von dem her. Jetzt zieht man sich auch noch auseinander. Pass auf. Ich habe den einen Typen im Ultimate Team, der auch AFK war, das habe ich auch eiskalt aufgenommen. Den habe ich auch eiskalt auseinandergenommen. Der war aus dem AFK. Interessiert mich nicht. Ja, jetzt noch 22 Sekunden. Er weiß ja nicht, wo die X-Taste ist. Aber Arsenal hat 2003, 2004, 2005 dezent gerult. Er hat so hart seinen Bruder geholt. Und hat ihm nichts gebraucht. Er hat so seinen Bruder geholt. Ja, klar. Wahrscheinlich noch Freischuss für United, wa? Ja, genau. Ja, genau. Alles klar, läuft bei ihm. Jetzt macht er den mit Pogba direkt. Ja, er hat jetzt richtig Hoffnung. Weißt du, ein auf den. Jetzt geht das ein. Pass auf. Alter, er kann jetzt mal zusehen. Er hatte so... Also, wenn du das Video siehst, das ist peinlich. Ich hätte den jetzt gemacht. Den hätte ich jetzt aber gemacht. Nee, der hat vorher den gehalten. Den gehalten. Bei meinem Glück. Weißt du, bei solchen Leuten verstehe ich nicht, warum die nicht einfach quitten. Wenn die eh so hart keinen Bock haben. Oh, schade. Schön. Immer so dann noch mit dem AIA rein. Warte, sieh, sieh. Willst du schießen? Hatte der nicht schon Geld? Kann ich. Versuch du mal zu schießen, den machen wir. Kann ich, kann ich dich wählen? Nee, kann ich nicht. Nee, geht nicht. Die Position war scheiße. Die war sehr hart zentral. Ich brauche die so ein bisschen in der Ecke, weißt du? Ja. Hallo. Hallo. Wie heißt du? Ich? Heißt Keno. Wie heißt du? Herzlich willkommen in der Aufnahme. Schöner Name. Wie alt bist du? Ich, 19. Wie alt bist du? Auch. Nice. Freut mich. Oh, Elfmeter. Nehme ich mit. Wie heißt du noch? Was hast du mit Marcel zu tun? Was ich mit Marcel zu tun habe? Ach, wir treffen uns ab und zu mal. Echt? Ja. Aber der ist doch verloren. Achta. Ich kann einfach kein Elfmeter schießen gerade. Sehe ich. Was hat er denn vor? Er hat richtig Interesse, der Typ. Und wo kommst du her? Ich? Aus Niedersachsen. Ja, und wo genau? Sag ich dir nach der Aufnahme. Ne, dann bin ich schon wieder weg. Ja, dann hast du Precht. Bremen! Richtig Bremen. Richtig. Komm aus Bremen. Achso. Jetzt weißt du es. Woher kommst du? Komm. Achso. Und dann trefft ihr euch immer? Ja. Achso, er hat gesagt, wir trefft euch immer. Ja. Was ist denn das hier für eine Koop-Folge, ey? Ja, bring halt deinen eigenen Mitspieler um, Marcel. Läuft bei dir. Wer ist denn das? Ja, da redet noch einer. Da reden da zwei. Achso. Reden da zwei. Herzlich willkommen bei mir in den Aufnahmen. Sehr geil. Läuft bei uns. Zu alt für den. Ich sag jetzt mal, du darfst nicht ins Headset pusten. Du darfst nicht ins Headset pusten. Tut mir leid, aber ich mach das das erste Mal. Okay, dann kann man es nochmal verzeihen. Alles easy. Wie alt ist andere? Zu alt. Wie alt ist der andere, Marcel? 30. I, was? I, was? Nee, der ist ein bisschen zu jung für dich, glaube ich. Achso, okay. Ich gehe jetzt weiter feiern. Oh, das, das fragt man ältere. Party? Ja. Nice. Party ist geil. Ich bin die Arbeitskollegin von Marcel, sein Papa. Nice. Und Marcel macht jetzt das Tor. Und er macht es nicht. Nein. Er hat es verkackt. Genau, er hat es verkackt. Marcel ist immer schuld. Marcel ist immer schuld. Ich bin geil am Anfang des Gesprächs von euch beiden. Ja, wie heißt du denn? Ja, ich heiße Kino. Wie heißt du denn? Ich heiße Marcel. Oh, Marcel. Wieso bist du mit Marcel so? Nee, ich habe gesagt, ich heiße Shirley. Richtig, ich höre richtig zu. Du hast Marcel gefragt, wie Marcel heißt. Ja, ich bin heute das zweite Mal bei ihm drin. Ja, richtig. Glaubst du, das kannst du dich dann schon merken? Ein bisschen Respekt, Mann. Nachher kriegst du bei Facebook Freundschaftsaussfragen. Richtig. So in 20 Jahren war Kino in einem Jahr. Kino's Crops, diesen Folgen, kommen ja eh nie. So in 50, 50 Jahren. Das fragt man eine ältere Dame wie mich nicht. Achso, okay. Jetzt bin ich schon alt. Das fragt man eine ältere Dame wie mich nicht, hat er gesagt. Achso, tut mir leid. Ja, tut mir leid. Liegt wahrscheinlich am Alkohol. So, jetzt wiederhol nochmal deinen Namen für die Leute auf YouTube. Wiederhol den nochmal. Namen kann man am besten auch. Nicht mehr. Besitzkarte hinlegen und Kontonummer und alles auch noch. Hm, alles klar. Den Namen kannst du nochmal vorschneiden. Stimmt, den schneide ich einfach nochmal rein. Soll ich euch meinen Namen nochmal noch buchstabieren oder was? Ja, bitte, für die Leute auf YouTube nochmal. Ja, S-H-I-R-L-E-Y. Cool Leute, jetzt buchstabiert das alles nochmal unten in die Kommentare, bitte. S-H-I-R-L-E-Y. So, Koop mit, nicht mehr mit Marcel. Koop ist jetzt, ne? Special. Marcel spielt nicht. Special Guest. Keno hat am Ende der Folge, Keno fängt die Folge zu zweit an und beendet sie zu fünft. Echt? Das ist auch noch was Neues. Das kann man auch mal machen. Achso, ich dachte, chillt ihn mal mit denen. Wir sind so kleine Penus, die mit Marcel abhängen wollen. Sind die hässlich? Ja, komm mal, jetzt sind die hässlich. Okay, dann will ich nichts mit denen zu tun haben. Du sitzt neben Marcel, frag ihn doch, ob er hässlich ist. Ja, ich sehe ihn. Marcel ist wahrscheinlich hübscher als ihr beide zusammen. Vor allem, ich hab nichts gesagt, ja, mein. Läuft bei ihr. Das ist so geil. Okay, ich geh jetzt wieder. Ja, bitte, tu uns hingefallen. Okay, sie wollen das nicht gehen. Warte, sag noch tschüss zu den Zuschauern. Sag noch tschüss eben. Ihr Wichser. Ihr Wichser, ooooh. Jetzt muss Keno neu aufnehmen. Voll gewillt. Da hat sie uns jetzt aber kaputt gemacht, doch. Okay, tschüss Leute, wir sehen uns vielleicht später nochmal. Ja! Nein, nein! Doch, freu mich. Sie sind komisch. Aber es kommt gleich an, du. Vor allem, er sagt ja, weißt du. Er ist mir so einer, ey. Hängt die ganze Zeit mit uns ab und sagt ja. Klugscheißer, Alter. Was ist er denn für einer? Ja. Freut mich auf der Endeff. Keno, willst du die Folge jetzt noch beinhalten? Ja, das kann man auch mal machen, das Tor, ha? Wer hat das Tor jetzt gerade alleine gemacht? Boop! So, was bin ich denn noch wieder? Welche Minute seid ihr denn? 90. Ich habe mich aber schon gedisst. So. Glaubst du, das juckt mich, was sie sagt? Es juckt mich so viel wie... Ich wurde hart gedisst, Alter. Nichts. Die ist 19. Die ist 19, das hört man dezent. Dezent. Ich habe gedacht, die Tüger. Ja, da wurden wir richtig hart zerstört. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich machen soll. Ja, ich bin beide zusammen, dass wir über die Westen springen. Komm, gleich nach den Mutterspruchen. Ich wollte gerade sagen, hättest du jetzt noch deine Mutter gesagt. Dann hätte ich gedacht. Guck mal, aber Chris, weißt du, Keno und ich spielen alleine und es läuft. Scheiße, Chris. Weißt du, ich... Ist die Wahrheit. Weißt du, ich bin geil... So, 2-0, Leute. Jetzt mal wieder ein bisschen Ernsthaftigkeit in diese Folge bekommen. 2-0. Das freut mich doch. Kleiner Gastauftritt. Das Ding sollte eigentlich so gut wie gelaufen sein. Das Ding ist gleich durch. Komm, wir geben hier Tschech nochmal den Ball. Nö, gehen wir nicht mehr. Das war's. Boom. Mit Arsenal läuft. 2-0. Undefiedet. Läuft auch. Sehr schön. 6 Punkte. Alles easy. Lasst ein Like da, wenn ihr wollt, den ich eh ausschalte. Lasst einen Kommentar da, den ich eh ausschalte. Wie gewusst. Lasst auf jeden Fall ein Abo da. Hilft mir sehr. Kleine Special-Folge. Haut rein. Bis dann. Ciao. Ciao.